Ich heiße Lukas Reich, ich bin Projektleiter bei Hengst Filtration und betreue den Bereich Öl. Premium Qualität bedeutet für mich, dass wir unseren Ansatz, den wir sehr erfolgreich bei unseren Filtern anwenden, auch auf das Öl übertragen. Das bedeutet für uns, dass wir alle Ölanwendungen in einem Fahrzeug anbieten können. Das heißt neben dem Motoröl natürlich auch das Getriebeöl, das Hydrauliköl. Wir sind seit 60 Jahren erfolgreich am Markt und entwickeln innovative Produkte für die OEs weltweit. Wir haben tausende Filteranwendungen. Wir haben ein eigenes Logistikzentrum. Das heißt, dass sich unsere Kunden darauf verlassen können, dass wir zuverlässig liefern können, wie wir das auch bei unseren Filtern machen. Qualität ist für mich, dass wir alle Anforderungen zuverlässig erfüllen. Und das kann der Kunde auch sehen. Seit 60 Jahren entwickeln wir Premium Filter. Das heißt, seit 60 Jahren filtern wir Öl. Ich glaube, alleine das qualifiziert uns, ein Premium Öllieferer zu sein.